Komm, reich uns deine Hand. Wir zeigen dir das Spiel der Macht. Es wird mit gezinkten Karten gespielt. Ja, stimmt. Ich hab kein Gewissen. Das Anime-Quartett am Freitag mit Death Note, Psycho Pass, Attack on Titan und Triage X. Was glauben Sie, wer von uns die schlechteren Karten hat? Wie es scheint, ist dieses verdammte Spiel noch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil. Die Anime-Night. Immer freitags ab 22.15 Uhr auf ProSiebenMax.